Eine Liebe bis über den Tod hinaus. Das wünschen sich wahrscheinlich viele von uns. Eine Liebe, die niemals endet und die auf ewig besteht. Was harmlos klingt, nach einem simplen Wunsch, ist im Fall von Karl Tensler aber eine ganz andere Geschichte. Denn das Ganze trieb er auf ein nächstes Level. Georg Karl Tensler wurde am 8. Februar 1877 in Dresden geboren. Von seinem frühen Leben ist allerdings nicht viel bekannt. Deswegen springen wir direkt in der Zeit etwas voran. Im Jahre 1926 wanderte er über Kuba in die USA aus. Und dort ließ er sich ein Jahr später in Key West, Florida nieder. Zu dem gleichen Zeitpunkt änderte er auch seinen Namen zu Dr. Graf von Kosel. Bis heute konnte allerdings nie bewiesen werden, ob er tatsächlich einen Doktortitel erwarb, da er keinerlei Beweise liefern konnte, wo das auch keine Aufzeichnungen dafür gab, dass er jemals eine Universität oder eine Medizinschule besucht hatte. Jedoch fand er eine Anstellung im örtlichen Krankenhaus. Und arbeitete dort als Radiologe und Bakteriologe. Es ist der April 1930. Und Graf von Kosel lernte die 21-jährige Maria Elena Milgaro de Hoyos kennen, die an Tuberkulose erkrankt war und zur Behandlung in die Praxis bzw. in das Krankenhaus eingeliefert wurde. Als Kosel sie sah, stockte ihm der Atem, so wird er später aussagen. Er hat von ihr geträumt und ihm seien bereits öfter Geister erschienen, die ihm sagten, dass es sehr bald soweit sein wird und er die Liebe seines Lebens finden wird. Als er Elena sah, wusste er sofort, dass er sich hierbei um die von Geistern erwähnte Frau handeln musste. Seit seiner Begegnung mit Elena übernahm er die Behandlung von Elena in seine eigenen Hände. Sie genoss die besten Behandlungsmethoden und auch Pflege. Er sorgte sich persönlich mit seinem Wissen und auch mit seinem Geld für die beste Behandlung, um ihr irgendwie das Leben zu retten und ihr zu zeigen, wie sehr er sie liebte. Doch zu diesem Zeitpunkt war dies Elena wirklich ziemlich egal. Tuberkulose war zu dieser Zeit eine unheilbare Krankheit, die auch meist ein sicheres Todesurteil war für jeden, der daran erkrankte. Zuvor war sie von ihrem Ehemann verlassen worden, als er die Diagnose mitbekam. Doch Kosel war ihr unheimlich und unangenehm. Dennoch ließ sie sich behandeln, da sie ihm vertraute und sie auch von seinem medizinischen Wissen angetan war und dadurch hoffte, dass er ihr irgendwie helfen könnte. Immer wieder überhäufte er sie mit Geschenken und Liebesbekundungen. Doch das Ganze sollte keine Zukunft haben. Trotz seiner Bemühungen stirbt Elena am 25. Oktober 1931 an den Folgen ihrer Tuberkuloseerkrankung. Kosel drängte die Familie anschließend dazu, dass er sämtliche Kosten auf sich nehmen würde. Er lässt ein Mausoleum errichten, bezahlt die Kosten der Beerdigung und lässt seinen Namen auf dem Grabstein verewigen. Nach der Beerdigung wurde er jeden Abend gesehen, wie er in das Mausoleum von Elena ging, um dort zu trauern. Er las ihr vor, spricht mit ihr über alltägliche Erlebnisse und das jeden Abend. Um auch mit ihr sprechen zu können, wenn er einmal nicht bei ihr sein kann, baute er ein Telefon in das Mausoleum ein. Später gab er an, dass er eines Nachts über diese Verbindung ihre Stimme hören konnte. Sie sang ihm ein spanisches Lied vor. Er erkannte dieses Lied. Boda Negra, zu deutsch, die schwarze Hochzeit, war ein bekanntes Lied, das davon handelt, dass ein junger Mann aus Liebe seine Frau aus dem Grab befreien würde. An einem Aprilabend im Jahre 1933 erfüllte er ihr diesen Wunsch, den sie ihm aus dem Grab heraus vorgesungen hatte. Wieder einmal war Kusel nachts am Grab seiner Geliebten. Doch diese Nacht sah er nicht zum Trauern vor, sondern um sie mitzunehmen. Er eröffnete den Sarg und entnahm ihren Leichnam. Er platzierte den Körper auf einem Bollerwagen, um ihn zu entwenden. So konnte er den Leichnam im Schutz der Dunkelheit unbemerkt davon schaffen. In seinem Vorsteck angekommen, begutachtete er den Körper einmal genauer. Natürlich war bereits Verwesung eingetreten und Kusel versuchte den Prozess weiterhin aufzuhalten. Die Augen ersetzte er mit künstlichen aus Glas. Die abgepellte Haut fixierte er mit Wachs getränktes Seidentuch. Die Knochen, die bereits beispielsweise aus den Gelenken gefallen waren, fixierte er mit Draht, sodass die Statur des Körpers erhalten blieb. Um natürlich den Geruch zu bedecken, benutzte er flaschenweise Desinfektionsmittel und ihr Lieblingsparfüm. Von diesem Tag an lebte er mit dem Körper ein für ihn ganz normales Leben. Er platzierte sie vor ihrem Essenstisch und servierte ihr Essen. Er nahm sie in den Arm, um mit ihr zu tanzen und zu kuscheln. Zu besonderen Anlässen schminkte er sie und kaufte ihr neue Kleider. Natürlich küsste er sie jeden Tag in den Schlaf. Ebenfalls hatte er mehrfach Geschlechtsverkehr mit ihr. In einer Nacht heiratete er seine Elena ohne Zeugen und ohne Pfarrer. Später wird er sagen, dass dies Elenas größter Wunsch war. Nun waren sie nach seinem Bild Mann und Frau. Sieben Jahre lang lebte er auf diese Weise mit ihr. Niemand ahnte auch nur irgendwas von dem düsteren Geheimnis. Doch sehr bald soll sich dies ändern. Im Jahre 1940 wurden Gerüchte laut, die davon sprachen, dass irgendetwas mit Kosel nicht stimmt. Er wurde nicht mehr auf dem Friedhof gesichtet und nach der Arbeit schloss er sich zu Hause ein, verdeckte alle Fenster und Türen. Viele dachten ihm sei etwas passiert und ahnten nichts von dem wahren Hintergrund seines Verhaltens. Elenas Schwester hörte ebenfalls davon und wollte einmal nachsehen, was dort vor sich geht. Kosel öffnete ihr die Tür und wirkte ganz gelassen und auch entspannt. Kurz darauf rufte er über seine Schulter ihn weg in den Raum. Liebling, deine Schwester ist hier. Entsetzt von dem darauf folgenden Geständnis, dass er die Leiche entwendet hatte, versprach sie Kosel, dies zu vergessen, wenn er den Leichnam wieder zurück in ihr Grab legen würde. Doch dies lehnte er ab, weswegen kurz darauf die Polizei alarmiert wurde. Kosel wird daraufhin festgenommen und Elenas Körper wird zur Untersuchung in eine Leichenschau ausgebracht, wo sie anschließend auch mehrere Tage öffentlich ausgestellt wird. Die Presse berichtet von diesem Fall und der Andrang war riesig. Während Elenas Körper weiterhin ausgestellt wird, sitzt Kosel in Haft, aber kommt jedoch anschließend nach einem Prozess frei, da seine Taten zu diesem Zeitpunkt bereits verjährt waren. Elenas Körper wird nun endlich wieder beigesetzt und Kosel kommt ohne Strafe frei. Ein psychologisches Gutachten über Kosel wird erstellt. In diesem werden ihm keine Anomalien aufgezählt. Laut Psychologen sei er also ganz normal. Nach seinem Freispruch zieht Kosel zu seiner Schwester nach Florida, wo er seine Geschichte in einem Buch veröffentlicht. Seine neue Ehefrau unterstützt ihn dabei finanziell und auch moralisch. Er malt Bilder von Elena, fertigt Gedichte und Texte über sie an und er baute eine Maske, die Elenas Gesicht widerspiegelte. Diese Kunstwerke stellte er aus und empfing regelmäßig Besucher aus der ganzen Welt, die sich seine Geschichte anhören wollten und seine Kunstwerke begutachten wollten. Doch sein größtes Projekt ist die lebensgroße Puppe von Elena, die er eins zu eins nachbildete. Karl von Kosel stirbt im Juli 1952. Sein Leichnam wurde ein paar Tage später nach seinem Tod in dessen Bett gefunden. In den Armen fest umschlungen, immer noch die Puppe von Elena. In seinem Testament schrieb er, dass er den Wunsch hat, zusammen mit der Puppe beigesetzt zu werden, was auch tatsächlich stattgegeben wurde. So kam es dazu, dass er zusammen mit der Nachbildung seiner geliebten Elena beigesetzt wurde. Was jedoch zu diesem Zeitpunkt niemand wusste ist, dass es sich hierbei nicht um eine simple Puppe handelt, die von irgendeinem Spinner angefertigt wurde. Bereits nach seiner Entlassung kehrte er in das Mausoleum zurück und stahl die Knochen des Leichnams. Diese baute er in die Puppe ein, die er von ihr machte. So konnte er auf ewig mit ihr vereint sein. Genau so, wie er es von Anfang an immer geplant hatte und auch wollte. Eine Liebe bis über den Tod hinaus und auf ewig miteinander verbunden. Ja, Freunde, was sagt ihr zu diesem Fall? Liebe kann schmerzhaft sein und ein Verlust tut immer weh. Aber dass daraus so etwas passieren kann, ist doch schon wirklich Wahnsinn. Ich persönlich glaube nicht, dass er psychisch wirklich unauffällig war, so wie ihm die Psychologen in dem Gerichtssaal attestierten. Jemand, der sowas macht, muss doch einen Knacks weg haben, frage ich mich. Aber wie immer wird mich natürlich eure Meinung zu dem Ganzen interessieren. Also, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr über das Ganze denkt oder ob ihr vielleicht diesen Fall sogar schon kanntet. Bevor das Video aber endet, möchte ich einmal Danke sagen für eure Unterstützung. Egal ob hier in den Kommentaren oder über Social Media wie Instagram, ich bekomme immer tolle Nachrichten und auch oft Vorschläge für neue Themen, was mich wirklich sehr freut. An dieser Stelle einmal vielen Dank dafür. Egal ob es ein Kommentar ist, ein Like oder eine liebe Nachricht. Das freut mich wirklich ungemein. Fürs Erste möchte ich mich mal fürs Zusehen bedanken. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr seid gesund oder werdet bald gesund. Passt auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. und über